Es ist die wohl größte Naturkatastrophe des Landes. Die verheerenden Buschbrände in Australien. Es gibt keinen Zweifel, dass die Ursache für solche Naturkatastrophen wie den aktuellen Buschfeuern der Klimawandel ist. Die australische Regierung aber zeigt nur wenig Interesse am Klimaschutz. Jetzt gibt es einen eindringlichen Klimaappell der Wissenschafts-Community an die Politik. Click to Nature. Hier gibt's Take-Dies spannende Videos aus den Bereichen Umwelt und Natur. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Nur dann verpasst er nichts, obwohl es gibt noch einen kleinen Trick, den ich am Ende verrate. Los geht's! Herzlich willkommen! Mittlerweile sind es rund 12 Millionen Hektar Land, die durch die verheerenden Buschbrände in Australien seit dem vergangenen September verkohlt sind. Das entspricht etwa einem Drittel der Fläche von Deutschland. Dazu kommen mindestens 33 Todesopfer und mindestens eine Milliarde Tiere, die in den Flammen gestorben sind. Fachleute sprechen von der größten Naturkatastrophe, die das Land je gesehen hat. Erst am vergangenen Wochenende hatte sich die Situation weiter verschärft. Ein riesiger Buschbrand drohte, durch die gewaltigen Winde nah an die Vororte der Hauptstadt Canberra heranzurücken. Dazu der örtliche Regierungschef. Das Feuer wächst. Es kann unvorhersehbar werden. Doch die australische Regierung guckt weg. Und verharmlost zwar hat sich der Premierminister Scott Morrison dem öffentlichen Druck gebeugt und leugnet zumindest nicht mehr den menschengemachten Klimawandel. Dennoch bezeichnet der Premierminister die Klimaschutzbemühungen seiner Regierung als ausreichend. Das ist eine Farce. Denn der Politiker ist ein großer Unterstützer der australischen Kohleindustrie. Dazu sagte er vor einigen Wochen, wir werden nicht die Lebensgrundlagen der Australier zerschören, indem wir rücksichtslose Klimaziele annehmen, die die Strompreise in die Höhe treiben. Er gilt als Handlanger und Marionette der sehr einflussreichen Kohleindustrie des Landes. Und auch das einflussreiche Unternehmen News Corp von Rupert Murdoch unterstützt diesen Kurs. Seine Medien verschleiern die Krise, in der das Land steckt und so sind die Buschbrände in Zeiten des Klimawandels weltweit Thema. Nur in Australien selbst wird die Lage heruntergespielt und übrigens in Amerika und England kommt jetzt. Zuletzt hieß der Titel eines Kommentars in der Melbourner Zeitung Herald Sun, Erwärmung ist gut für uns. Und nur by the way, News Corp dominiert die Berichterstattung in den drei großen englischsprachigen Ländern Amerika, Großbritannien und Australien, da muss man sich über nichts mehr wundern. Fakt ist, dass Australiens Emissionen seit 2015 kontinuierlich gestiegen sind, Klimaschutz ist der Politik des Landes egal. Das offenbarte sich auch bei der Klimakonferenz in Madrid, wo Australien als heimlicher Bösewicht das Feld verließ. Denn genau wie Brasilien wollte das Land alte Emissionsgutschriften aus dem Kyoto-Protokoll mitnehmen. Das wäre eine absolute Katastrophe und würde den Ländern ermöglichen, noch viel mehr CO2 in die Atmosphäre zu pusten, als gut wäre. Rund 250 Forscherinnen und Forscher aus Australien sind das jetzt satt. In einem offenen Brief appellieren sie an die Regierung, die Treibhausgasemissionen Zitat, dringend zu reduzieren. Nach Ansicht der Fachleute ist es höchste Zeit, dass sich australische Politikerinnen und Politiker endlich an die internationalen Vereinbarungen halten, um so die Emissionen zu verringern und das Klima zu schützen. Falls weiterhin so viele Klimagase ausgestoßen würden wie derzeit, wird sich die Situation nach Ansicht der rund 250 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weiterhin verschärfen. Die aktuellen, verheerenden Buschbrände seien das Ergebnis einer Erderwärmung von einem Grad. Doch die Erde steuert derzeit auf eine Erwärmung von drei Grad und mehr bis zum Ende des Jahrhunderts zu. Dazu die australische Klimawissenschaftlerin Nerily Abram. In vielerlei Hinsicht ist diese Erklärung ein Akt der Verzweiflung. Wissenschaftler warnen politische Entscheidungsträger seit Jahrzehnten, dass der Klimawandel Australiens Brandgefahr verschlimmern werde. Und doch wurden diese Warnungen ignoriert. Der direkte Zusammenhang zwischen Wetter und Klima, zwischen Hitze und Klima in Australien wird ja immer besser nachgewiesen, so dass hier Argumente dagegen immer fadenscheiniger werden. Demnach sorgen die steigenden Temperaturen und weniger Niederschläge dazu, dass die Pflanzen leichter entflammbar sind. Durch den Klimawandel muss mit mehr Hitzewellen an Land gerechnet werden. Die Brandsaison beginnt vor allem im Südosten des Landes früher und hält außerdem auch länger an. Denn auch die Folgen in den Ozeanen sind bereits spürbar. Der Zustand des Great Barrier Reefs ist ernst. Wir hatten ja ausführlich darüber hier bei Clixoom Nature berichtet. Die Wissenschafts-Community warnt eindringlich davor, dass der Klimawandel möglicherweise schneller voranschreitet als bislang angenommen. Vor drei Jahren hatten Fachleute prognostiziert, dass die Temperaturen im Sommer rund um Melbourne und Sydney bis zum Jahr 2040 auf bis zu 50 Grad Celsius steigen könnten. Doch schon vor zwei Monaten, also im Dezember 2019, wurden in einem Vorort von Sydney bereits 48,9 Grad Celsius gemessen. Möglicherweise liegt das daran, dass in der Fachwelt eher konservativ gerechnet wird und die Vorhersagen deswegen früher eintreten als ausgerechnet. Der Appell der Wissenschafts-Community ist gegen die australische Regierung gerichtet, die erst im Mai 2019 wiedergewählt wurde und aus liberaler und nationaler Partei besteht. Erst vor einiger Zeit hatte sie die Erschließung eines riesigen Kohlevorkommens genehmigt, an dem auch Siemens mit Bahntechnik beteiligt ist. Dazu die Klimawissenschaftlerin Katrin Meissner aus Sydney. Wie viel schlimmer muss es werden, bevor die Wissenschaft nicht mehr ignoriert wird? Der Mangel an visionärer Politik zum Schutz unseres Landes und der Menschen bringt uns nun dazu, die Stimme zu erheben. Alarmierende Warnungen! Deutschland trocknet aus! Anklicken hier, anschauen und klick zum Nature abonnieren. Und wenn ihr uns unterstützen wollt und die Videos vorher bekommen wollt, dann werdet Kanalmitglied. Wir können hier wirklich jede Unterstützung gebrauchen. Bis dann, bleibt dran!